Gesundheit braucht Verstand und heute nochmal zum Thema Mundtapen, also den Mund zukleben, damit durch die Nase geatmet wird. Das soll ein Training sein, eine begleitende Maßnahme zum Atemtraining sein. Also das heißt, das Atmen soll besser zu trainieren sein, wenn der Mund zugeklebt ist. Das sollte natürlich hauptsächlich nachts passieren, weil nachts gibt es diese Kontrollmöglichkeit nicht, dass ich meinen Mund zuhalten kann, bewusst zuhalten kann und durch die Nase atmen. Und dann gibt es den Vorschlag, aha, wenn das nicht funktioniert, dann kleb dir doch den Mund zu, mach da so ein Tape drauf und dann kann das nicht passieren, dann musst du durch die Nase atmen und so würde die Nasenatmung sich verbessern und dauernd angewöhnt. Da hatte ich schon einiges zu erzählt, ich musste aber unbedingt nochmal darauf eingehen, weil es dazu so viele Fragen gab. Nämlich, warum, das war die Frage an mich, warum lehnst du das ab, dass der Mund zugeklebt wird? Dann ist zunächst mal die Antwort, das ist ja ein ganz natürlicher Prozess, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Mund zu öffnen. Und wenn wir durch die Nase atmen, dann ist es Voraussetzung dafür, dass der Mund zu ist. Und das ist ja nicht ein bewusster Prozess, den wir bewusst vorziehen, denn der Mund muss ja auch nachts zu sein, wenn wir schlafen, muss er ja unkontrolliert zu sein. Da sage ich, ich habe gar keinen Anfluss da drauf. Und die Nasenatmung funktioniert. Dann also dieses Tape, den Mund zu verkleben, bedeutet, ich unterbreche eigentlich einen Mechanismus, der Sie ganz normal einstellen würde. Und das ist ein Funktionsmechanismus, und zwar ein sehr komplizierter Funktionsmechanismus, der eigentlich auch die Atmung sogar trägt. Denn ihr wisst das alle, dass wir auch schon mal den Mund aufmachen, dass das möglicherweise auch schon mal nötig ist. Das wird ja alles nicht funktionieren. Und man muss sich alles so vorstellen in unserem Körper, dass es für alles, was wir tun, sogenannte Muster gibt. Muster bedeutet, es sind so Ablaufprozesse, die in unserem Gehirn festgelegt werden und in ständiger Wechselwirkung und in einem ständigen Informationsaustausch mit dem stattfinden, was so in der Peripherie, also was außerhalb des Gehirns liegt, in dem Fall in unserem Mundbereich, stattfindet. Und dass der Mund verklebt wird, das ist in der Evolution nie vorgekommen. Also das heißt, eigentlich, unser Gehirn kennt sowas nicht. Es kennt nur das, dass es dem Mund problemlos auch aufmachen kann, nicht, dass er zugeklebt ist. Also dieser Mechanismus, der jetzt angegriffen wird, der natürlich wäre, der wird schon mal gestört. Und das kann man jetzt umkehren und erweitern, weil jetzt käme ja jemanden und würde sagen, ja, aber wenn der Mund auf ist, ist das so ein falscher Mechanismus und so weiter. Ja, das ist auch so, aber jetzt gehen wir auf diesen falschen Mechanismus auch falsch ein, indem wir den Mund zukleben. Ja, und es finden ja ganz viele koordinierte Prozesse statt mit unserer Atmung. Zum Beispiel so ein ganz wichtiger Prozess, den ich immer hervorhebe und den wir auch empfehlen zu trainieren bei einem Atemtraining, ist immer der, dass wir zum Beispiel, wenn wir schlucken, aufhören zu atmen. Und das ist meist im Prozess der Ausatmung. Wir unterbrechen und wir schlucken, während wir ausatmen. Und dieser Schluckprozess ist also koordiniert mit der Atmung. Und da findet auch Bewegung statt. Und die ist wieder irritiert durch einen Einfluss, der sich an die Lippen wendet. Also es ist ja zugeklebt hier. Ja, und die Lippen brauchen aber wiederum beim Schlucken, werden die so etwas zusammengedrückt, zusammengepresst. Das heißt, ich irritiere einen Bewegungsablauf. Das ist immer sehr gefährlich, wenn ich meinem Gehirn etwas anderes anbiete, als normal ist. Also wir müssen damit hochvorsichtig sein. Ja, das sind nur so die dominanten Punkte, die ich da einwende. Also Nasenatmung kann sich nur dann richtig entwickeln, wenn alles natürlich bleibt. Und es wird nicht natürlich. Das heißt, der Mund würde nie zu bleiben, wenn ich nur Nasenatmung übe. Der hat nämlich auch noch ganz andere Mechanismen, die mittrainiert werden müssen. Also beispielsweise, der Mund ist geschlossen, wenn ganz bestimmte Funktionen im Mundinnenraum auch stattfinden. Und die trainiere ich ja nicht, wenn da ein Pflaster oder ein Taip auf den Mund klebt. Im Mundinnenraum sind solche Funktionen zum Beispiel, könnt ihr ausprobieren, Zungenfunktionen. Wenn die Zunge nach oben gerichtet ist, die Zungenspitze oben zum Gaumen gerichtet ist, dann gibt es nämlich eine Zugwirkung auf das Kinn. Also der Mund wird regelrecht zugezogen, weil diese Muskelverbindung vom Kinn in die Zunge aktiviert wird. Ja, und der Muskel heißt Genioglossis, aber es ist ja völlig schnurz, egal welcher Muskel das ist. Jedenfalls gibt es halt diese Muskelverbindungen, die müssen trainiert werden, damit der Mund auf natürliche Art und Weise geschlossen wird. Und wenn ich ein Tape da aufklebe, dann lasse ich diesen Trainingsbereich ja völlig aus. Ich ignoriere ihn quasi. Ich nehme ihn gar nicht an, ich trainiere ihn nicht. Ich trainiere nur die Nasenatmung. Und das funktioniert nicht. Ich kann nicht isoliert die Nasenatmung trainieren, das ist ausgeschlossen. Ja, weil immer andere Funktionen hinzukommen, die diesen Mechanismus Nasenatmung stützen. Im Übrigen ist die Schluckfunktion extrem wichtig, damit sich die Atemwege überhaupt richtig öffnen können. Ihr merkt das, wenn ihr schluckt, wie kräftig diese Bewegung in eurem Rachenraum ist. Und die hat eine extreme Wirkung auf die Öffnung der Atemwege. Die Muskulatur wird quasi trainiert, die die Atemwege nachts, am Tag natürlich auch, die die Atemwege ständig geöffnet hält. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, der trainiert werden muss. Insofern muss man vorsichtig sein mit diesem Mundtapen, weil es lässt einfach wichtige Mechanismen aus, die unbedingt trainiert werden müssen. Wir machen das mit dem Faceformer-Training. Mache ich Werbung in eigener Sache, aber die ist auch wichtig, weil darüber sollte man Bescheid wissen. Faceformer sorgt ja auch dafür, dass der Mund geschlossen ist, nämlich durch eine Membran, die sich quasi an die Zahnreihen oder an die Zahnbögen ansaugt und verschließt somit den Mund auch. Ja, aber es findet gleichzeitig ein Training statt. Das heißt, wir üben sowohl am Tage als auch nachts durch Unterdruckbildung im Mund. Und wir haben tagsüber die Bewegungen geübt, die unbedingt sein müssen. Die prägen sich ein und werden jetzt auch nachts umgesetzt. Also wir verbinden ein Trainingsprogramm damit, was auch den Mund-Innen-Apparat quasi aktiviert und so einstellt, wie er eingestellt sein muss. Das ist also was völlig anderes, was wir da tun, als das Mundtapen. Ja, Mundtapen hat natürlich auch noch andere Probleme. Es gibt auch, durch den Kleber gibt es natürlich Irritationen bis hin zu Verletzungen der Lippen. Und ja, mir hat mal einer geschrieben, bei Kindern wäre es ja ganz gefährlich, die könnten ja auch an ihrer Zunge ersticken. Das wäre unter Alkoholeinwirkung und so weiter ja auch denkbar, dass sowas passiert. Ja, also ich kann einfach den Mund nicht mehr schnell genug öffnen, wenn ich muss. Denn im Face-Former zum Beispiel könnte ich ruckzuck rausziehen, weil er hat hier vorne einen Griff quasi, ja, an dem ich einmal ziehe. Und das schafft man auch im Schlaf, um ihn rauszuziehen, aber so ein Pflaster darunter zu fummeln oder so ein Tape darunter zu fummeln, das ist ein großes Problem. Also nicht, dass ich was gegen die Atemtherapien habe, die gemacht werden, die finde ich gut, die sollen gemacht werden. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass man dafür eine Sensibilität entwickelt, wie entscheidend und welchen Einfluss die Atmung auf unseren Körper hat, auf unsere Gesundheit hat. Ganz wichtig. Ja, aber es kommt darauf an, wie wir die Atmung trainieren. Und ich empfehle dazu halt, dieses Training mit dem Face-Former zu machen, am Tage zu trainieren und den Face-Former nachts anzuwenden. Also es kommt zusammen, Trainingsprogramm plus die Einstellungen, die nachts eigentlich da sein müssen, damit alles gut funktioniert. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte wieder liken, am Freunde und Bekannte weitergehen und unbedingt den Kanal abonnieren. Drückt auf den Klingelknopf, dann werde ich erinnert, wenn ein neues Video kommt und Tschüss für heute.